Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem wo und wann oder wer oder warum ihr seid. Wenn ihr mal im Theater seid, zum Beispiel am 15.03. in Villingen bei meinem Soloprogramm oder am 23.03. in der Ui-Show in Köln in der Wohngemeinschaft oder am 24.03. bei meinem Soloprogramm in Düsseldorf im Knoten, schaltet euer Handy aus. Mir ist nämlich was mal passiert, ich hatte kürzlich drei Auftritte in Wien im Schmähstadel, drei Auftritte hintereinander, das ist ein Comedy-Club in Wien mit mehreren Künstlern und als ich auf der Bühne war, hat dann vorne bei einer Frau in der ersten Reihe das Handy geklingelt. Und sie hat es nicht irgendwie schnell ausgemacht oder ist rausgelaufen oder sowas, nein, sie ist drangegangen. Da habe ich gedacht, na gut, dann gehe ich da halt mal hin von der Bühne runter, habe mir die Handfunke genommen, bin zu ihr hingegangen, wollte das Handy halt irgendwie wegnehmen, selbst drangehen oder mit an mein Klavier nehmen und sagen, du kriegst das nach der Show wieder, so wie ein Lehrer es macht. Und sie hat aber gesagt, nee, ist wichtig. Und dann habe ich gesagt, meine Damen und Herren, wir müssen hier kurz die Show mal unterbrechen. Die Dame führt ein wichtiges Gespräch und habe dann gewartet, bis sie fertig war. Und als sie fertig war, hat sie dann auch noch tatsächlich gesagt, ich bin für meine Kunden 24 Stunden erreichbar. Ja, frage ich mich, was das für ein Gewerbe ist, 0,900 oder so irgendwas, aber die soll doch da nicht ins Theater gehen, die dumme Kuh. Am nächsten Tag ist dann auch noch was passiert, und zwar mitten in meinem Lied steht auf der anderen Seite eine etwas ältere Frau auf und takelt ganz langsam an der Bühne entlang. Wahrscheinlich wollte die auf Toilette oder sowas, ganz langsam. Ich höre halt auf und schaue ihr so hinterher, was das soll, und dann ist sie schon fast an der Tür nach draußen. Nehme ich meine Handfunke, gehe ihr hinterher, frage, wo wollen sie denn hin? Aber da war sie schon draußen, hat die Tür zugemacht. Da habe ich gesagt, gut, das ist ja eine Handfunke, die hat ja etwas Reichweite, da gehe ich ihr jetzt hinterher auf Toilette. Aber sie hat die Tür vom Theater von außen zugedrückt. Sie hat sich dagegen gestemmt. Ich kam gar nicht raus, ich habe mit aller Kraft versucht, kam nicht raus. Am dritten Tag steht dann während meines Liedes wieder jemand auf und geht raus. Ich denke, das gibt es doch nicht, das ist doch nicht zu fassen. Die Kollegen lachen sich schon ab, dass jeden Tag irgendwie eine Unterbrechung ist. Und ich sehe nur noch die langen schwarzen Haare, wie sie auf Toilette verschwinden, und denke mir so, jetzt bin ich aber schneller, nehmt das Mikrofon, renne hinterher, renne auf die Mädelstoilette rein, da ist niemand. Dann bin ich halt raus in den Barbereich gerannt, habe gedacht, vielleicht ist sie da. Ist auch niemand. Bin ich zurück in den Saal gerannt, habe gemeint, ja, meine Damen und Herren, also entweder ist die Frau jetzt gegangen, oder sie ist auf die Männertoilette. Und dann haben die mir gesagt, das war ein Mann, das war einfach ein langhaariger Mann mit sehr vielen langen Haaren. Bin ich halt direkt nochmal raus gerannt auf die Männertoilette, und da steht er auch da an seinem Pissoir, und ich halte ihm so das Mikrofon nach vorne hin und frage so, äh, was ist los, was ist, warum gehst du? Und er sagt, ich muss mal strullern. Habe ich doch gemeint, du hast schöne Haare und bin dann wieder gegangen. Also Leute, lasst mich doch bitte die Nummer zum Ende bringen und geht dann auf Toilette. Oder ans Handy. Ja. Und um das auszuprobieren, könnt ihr am 15.03. in Villingen-Schwenningen in den Ratskeller gehen, oder Ratshauskeller, Ratskeller gehen. Da spiele ich mein Soloprogramm, falls ihr irgendwie auf der Karte herausfinden könnt, wo Villingen-Schwenningen überhaupt liegt. Oder am 23.03. ist wieder Ui-Show in der Wohngemeinschaft. Lohnt sich auf jeden Fall in Köln, in der Richard-Wagner-Straße 39. Ich habe auch fantastische Gäste zu Gast. Gäste zu Gast. Gäste zu Gast? Fantastische Künstler zu Gast. Gäste habe ich natürlich auch zu Gast, deswegen heißen sie ja Gäste. Jedenfalls wird dabei sein Daniel Helfrich, ein Klavier-Comedien-Kabarettist erster Güte. Nico Walser ist auch noch dabei. Und dann haben wir auch noch einen Newcomer, dessen Name ich hier noch nicht verrate, denn er ist wirklich... Okay, es ist Herr Salami. Und am 24.03. spiele ich in Düsseldorf, in der Konkurrenzstadt dann, im Knoten, eine Altstadt-Kneipe, mein Soloprogramm. Kommt hin, schaut auf die Homepage www.uiuiuiuiui.de. Dort findet ihr auch, wenn ihr schaut, die Termine oder schaut direkt unter Manuel Wolf mit Doppel-F.de. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch oder eine angenehme Nacht, je nachdem wo und wann und wer und wie und warum ihr seid. Tschüss!